Hallo, willkommen bei Nordfallmedizin zu einem weiteren EKG-Quickie. Ich habe euch wieder ein EKG mitgebracht. Die Patientin kommt in die Notaufnahme wegen Schwäche in den Beinen und ziemlich schnell sagt man, ups, das ist eine Breitkammerkomplex-Tachycardie, sollen wir die nicht mit Amiodaron behandeln. Warum das keine so gute Idee ist, werde ich euch jetzt gleich darlegen. Lasst uns das EKG mal systematisch anschauen. Was sehen wir? Wir sehen ein bizarres, auffälliges EKG mit sehr, sehr breiten Kammerkomplexen. Die Kammerkomplexe sind 25 mm schreibweise mehr als ein ganzes 5 mm Kästchenbreit, also mehr als 200 Millisekunden. Die Frequenz die hier gezeigt wird, 138, die stimmt ja gar nicht. Da gibt es also die einfache Faustregel, dass man 300 geteilt durch Zahl der 5 mm Kästchen zwischen zwei QS-Komplexen macht, 1, 2, 3, 4. Da kommt man hier auf eine Frequenz von 300 geteilt durch 4, irgendwas so um die 70. Also Patientin ist deutlich langsamer und wir haben diese breiten Kammerkomplexe ohne P-Wellen davor zu sehen. Wir haben eine ganz bizarre Morphologie, wo der QS-Komplex hier so wellenförmig auch in die T-Welle übergeht und wir haben sehr, sehr hohe T-Wellen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema des heutigen Videos, nämlich den Killer Bees. Hier sehen wir Killer Bees, nämlich Kriterien für eine kritische Hyperkalämie. Und diese Killer Bees sind breite Kammerkomplexe, ein Pradekaterrhythmus, das ist er hier noch nicht, eine bizarre Morphologie und einen Block, zum Beispiel einen AV-Block mit Ersatzrhythmus. Und je mehr diese Bees zusammenkommen, umso wahrscheinlicher wird eine kritische Hyperkalämie. Was ihr alle als erstes EKG-Kriterium bei der Hyperkalämie ja gelernt habt, sind die hohen T-Wellen. Hier habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht. Mit hohen T-Wellen, das sieht man oft als erstes EKG-Kriterium für eine Hyperkalämie. Andere EKG-Zeichen, wie die von mir genannten jetzt, die korrelieren oft nicht sehr gut mit dem Serumspiegel des Kaliums. Eine Hyperkalämie beginnt ja bei einem Kalium von 5 oder die relevante Hyperkalämie bei einem Kalium von 5,5. Wir wissen aber, dass vor allem die Patienten, die ein schlechtes Outcome haben, haben eben diese Killer Bees. Im Ausnahmefall kann auch mal bei schmalem QAS-Komplex schon ein schlechtes Outcome mit symptomatischer Herzrhythmusstörung oder Reanimation folgen. Aber meist sind es eben doch die Killer Bees. Und vor allem diese bizarre Morphologie möchte ich euch bei einem weiteren EKG zeigen. Die bizarre Morphologie kann dann letztendlich dazu führen, dass man denkt, hat der Patient ein Brugada-Syndrom, weil er eben so ST-Hebungen in V1 und V2 hat. Oder hier haben wir eigentlich ein STEMI-Mimik. Das schaut aus, als hätte der Patient ein STEMI. Das ist aber auch sicherlich nur bedingt durch die kritische Hyperkalämie bei diesen Patienten auch von über 8. Zurück zu unserem ersten Fall. Warum sollen wir kein Amiodaron geben? Die Natriumkanäle sind eh schon durch die Hyperkalämie vergiftet. Wenn wir jetzt noch ein Antiarrhythmikum, was ja auch an den Natriumkanälen wirkt, zusätzlich geben, selbst wenn der Patient zum Beispiel auch eine ventrikuläre Tachycardie bei Hyperkalämie hat, kann das sein, dass der Patient letztendlich aus der VT sofort in die pulslose elektrische Aktivität oder sogar in die Asystolie rutscht und rehabpflichtig wird. Und wir wissen, die Patienten, die einen Hyperkalämie-Stillstand haben, sind auch zum Beispiel schlecht zu defibrillieren, schlecht zu pacen und reagieren auch sehr schlecht auf Supra. Das Entscheidende ist hier die schnellstmögliche Gabe von Calcium, um die Membraneffekte von Kalium zu antagonisieren. Und dann natürlich die ganze Latte an weiteren Kalium-Sinken-Medikationen bis hin zur Dialyse, die ihr alle kennt. Also denkt an die Killer Bees. Die Killer Bees müssen einen an die Hyperkalämie denken lassen. Und wenn man eine bekannte Hyperkalämie hat und sieht die Killer Bees, dann ist es höchste Zeit für schnelles Handeln. Was ist das wichtigste Medikament da? Natürlich Calcium-IV. Und das kann man auch bei so einem EKG-Bild und einer passenden Vorgeschichte einer klinischen Situation auch schon einmal geben, bevor man den Kaliumwert zum Beispiel vorliegen hat, zum Beispiel auch präklinisch, um ein schlechtes Outcome des Patienten zu verhindern. Vielen Dank. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.